Kommen Sie am 8. Januar 2024 um 11 Uhr vormittags zum Protest gegen die Bundesregierung auf den Riebeckplatz unserer schönen Stadt Halle-Saale. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Bauern Deutschlands haben zum bundesweiten Protest gegen die Sparmaßnahmen der Bundesregierung aufgerufen. In vielen deutschen Städten wird es Demonstrationen und Protestaktionen geben. Aber die Sparmaßnahmen treffen ja nicht nur die Bauern, meine Damen und Herren. Viele Menschen, vor allem Rentner, Arbeitnehmer mit kleinen Einkünften, sozial Schwache, können mit dem Geld, was sie haben, die steigenden Kosten im Jahr 2024 nicht mehr oder kaum noch bezahlen. Die Landwirte bitten um ihre aktive Unterstützung. Sie brauchen die Unterstützung aus der Bevölkerung. Geben Sie diesem Protest mit ihrer Anwesenheit eine Stimme. Stellen wir uns gemeinsam gegen die Ungerechtigkeiten dieser Bundesregierung und fordern ein Ende der Kürzungspolitik und der Abwahl der Bundesregierung. Bitte protestieren Sie friedlich und folgen Sie den Anweisungen der Polizei. Ich werde morgen auch mit protestieren und vor Ort berichten. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche und friedliche Demonstration am 8. Januar 2024 auf dem Riebeckplatz der Stadthalle ab 11 Uhr. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.